hi leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge baldos gates dark alliance und wir sind jetzt soweit beim beim end boss vom akt 1 ja komm gehen wir mal rein ich habe kein geld ich habe gar nichts da ist er so so ihr seid also der fremde von dem hauen gesteckt na komm her das klingt schon mal gut die verfolgen mich jetzt ich bin ja nicht genau vor seinem maul stehen der macht schaden na da ist dich von mir fast geschafft fast geschafft na oh hier vor alter war ja echt leicht ein schlag noch glaube ich ah ne noch einen ach komm hallo geschafft ein schlag hat noch gefehlt habe ich doch gesagt hier ihr habt wesentlich mehr erreicht als ich je zu hoffen gebracht hätte es ist wahrlich eine glückliche fügung des schicksals dass ihr euch den haften angeschlossen habt ihr habt meinen dank und den dank von ganz baldurs tor und das sonnenuntergangs gebirge und das kelimber moor es ist so wie ich es bereits befürchtet habe das böse das in baldurs tor sein unwesen getrieben hat ist nur teil einer wesentlich größeren verschwörung diese drei orte stehen irgendwie miteinander in verbindung die existenz dieses portals ist besorgniserregend der betrachter und seine truppen konnten dadurch ungesehen nach baldurs tor gelangen offenbar steht das tor mit dem sonnenuntergangs gebirge in verbindung ein grund zu weiterer sorge wir haben in den letzten wochen seltsame gerüchte aus dem sonnenuntergangs gebirge gehört unser agent der diese gerüchte untersuchen sollte kehrte nicht zurück ich fürchte um sein leben ich muss euch darum bitten durch das portal zu treten und herauszufinden was sich im sonnenuntergangs gebirge zugetragen hat vielleicht treiben sich dort kreaturen herum von denen wir noch nichts wissen wir müssen über ihre stärke bescheid wissen bevor wir einschreiten können ihr habt sehr viel erreicht wir sind euch äußerst dankbar nehmt dieses gold und diese gegenstände sie können euch bei eurem auftrag nützlich sein setzt sie mit bedacht ein ich muss die herzöge der stadt darüber informieren was ich herausgefunden habe bitte ruht euch aus bereitet euch gut vor bevor ihr durch das portal tretet was euch auf der anderen seite erwartet kann niemand wissen alles klar mitgemacht haben wir denn hier vier bis 13 bis 17 8 bis 19 ne ich bleib bei meinem bogen bei meinem morgenstern so da haben wir nix gekriegt da haben wir nix und nur neun tränke verbraucht das war gut aber jetzt müssen wir erstmal gucken ob hier noch irgendwo kisten stehen ich meine hier gab es kisten noch einmal aber ich kann mich auch irren wenn nicht gut kann ich zurückgehen so ich lauf jetzt noch nicht durchs portal ich lauf jetzt erstmal zurück um rückruftrank einzusetzen das kann ich ja nicht das kann ich ja nicht mein freund es ist mir eine ehre euch zu kennen ihr habt nicht schön euch zu gucken was es so gibt du wirst du dich weiterpennen genau das habe ich erledigt das habe ich erledigt wir haben viele ausgezeichnete angebote was benötigt wir haben viele ausgezeichnete angebote was benötigt zack zack wir haben die besten zwergenwaffen die extra für uns vom fernen Sonnenuntergang 5 gell na 5000 ich habe jetzt kein geld mehr und keine tränke das kann ich ja nicht zack das war jetzt jetzt kann ich hier keine rückruftränke mehr einsetzen wenn ich durchs portal gehe erstmal weil dann muss ich erst in die zweite stadt kommen das wird auch eine sache den haben wir aber nicht von hinten Leute könnt ihr alles machen aber nicht von hinten auf nicht einschlagen das lasse ich das verbiete ich euch zack äh kritischer Treffer Todesschlag Regenerationsfähigkeit das war gut das war gut und nicht die Vielen Dank. ich kenne karte hin hier falsche taste gedrückt ich kenne 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 Das war's. Das war's. Das ist schon heftig grad, so'n bisschen. Guck, guck. 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 hier bin ich bis jetzt ist es gut bis jetzt läuft genügend trinke ich habe auch ein bisschen was an schaden das ist immer gut jetzt muss ich raus so 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 Oh, come on. Bis jetzt geht's gut. Das ist echt nicht schlecht. So, die Hälfte geschafft von dem Windpfad, oder wie der heißt. Wie heißt denn der jetzt? Ich glaube Windpfad. Der Windpfad, genau. Jetzt geht's weiter. Autsch, das ist zu viel. Na komm, alle weggekloppt. Das war sehr gut. Wieder was aufgenommen, das bringt mir alles nichts. Zack, 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 zack. Alles aufnehmen. Oh, come on. Oh. Oh. 1.000 goldmünzen habe ich jetzt schon wieder zusammen hallo weg da weg von meinem rücken mag ja mal gar nicht weg bleiben vor meinem rücken dann ist alles gut den mag ich das manchmal gar nicht jungs so zack Oh, ich hab nur noch kleine Tränke jetzt. Sechs Stück. Oh oh. Fünf. Ich spring mal kurz. In Sicherheit. Kurz vor Ende sind mir die Tränke ausgegangen. Das war scheiße. Egal. Naja, egal. So, jetzt sind wir mal in der Stadt. Lager der Berg, Leute. Jetzt müssen wir das mit den Flammen machen. Das ist aber mir jetzt erstmal egal. Ah, okay. Den hätte ich nicht. Zack, zack. So, was haben wir? Was hast du denn da für uns? Vier bis 34. Da. Seid ihr hier genau richtig. Uh. Wie kann ich euch behilflich sein? Sucht ihr nach irgendwas Bestimmtem? Schön. Ja. Damit lässt sich Arbeit bringen. Den Helm weg Den Helm weg Den hier zu kaufen Und dann kaufen wir noch Ein paar Tränke Bis 1000 Goldmünzen runter Aufsetzen Und weiter geht's Geht's zurück Aber erst in der nächsten Folge Ja Leute, damit würde ich mich freuen, wenn ich das nächste Mal wieder einschalte Wenn es heißt, let's play Baldur's Gates Dark Alliance